Und ein Moinzen zu diesem Vorbericht. Relegation steht an. Morgen schon, Hinspiel, Montag, Rückspiel. Wir haben hier links von mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Und wir beginnen mit einem unfassbaren Zeichen, mit einem Bock-Bock-starken Zeichen vom VfB aus, nämlich Gerasi. Gerasi wurde die Kaufoption nun gezogen, soll es bei 9 Millionen sein. Kicker schreibt irgendwie bis zu 10 Millionen oder so circa 10 Millionen. Oder STN war es. Irgendwie sowas. Aber im Bereich von 9 Millionen ein bisschen mehr vielleicht. 2026 bis dahin läuft der Vertrag. Liga unabhängig, das Ding. Das ist auch das Krasse. Wobei ich auch da sagen muss, ich glaube, es ist eher die Absicherung dafür, dass du ihn eben auch wieder verkaufen könntest für vermutlich auch mehr Geld vielleicht, wenn du eben absteigst. Also ich wäre natürlich das noch krassere Zeichen. Aber ich glaube noch nicht vielleicht ganz dran, dass Gerasi wirklich bleibt, wenn wir absteigen sollten. Aber dadurch hast du ihn eben bei dir. Dann ist nicht der Fall, dass du absteigst und Gerasi ist einfach zurück zu Rensa und du hast ihn bei dir und du kannst ihn verkaufen, was schon mal sehr wichtig wäre für das Geld dann eben auch. Aber darauf hoffen wir ja nicht. Wir haben ja die Relegationsspiele noch. Gab einen unfassbaren Ansturm. Unfassbaren Ansturm auf diese Tickets. Bis zu 60.000 habe ich gelesen in Warteschlangen. Also komplett geisteskrank. Natürlich hat das Problem, du hast jetzt circa 13.000 Karten weniger zu verkaufen als sonst. Also bei 60.000 wären vielleicht ein paar, oder was heißt vielleicht, da wären ein paar Leute weniger leer ausgegangen. Natürlich auch sehr nervig für manche, verstehe ich auch. Wieder das Motto, alle in weiß. Der HSV kommt auch mit alle in blau. Wahrscheinlich auch beim Rückspiel dann im Volkspark, heißt der glaube ich immer noch. Und da wird es halt komplett brennen. Also in Stuttgart wird es komplett brennen und auch in Hamburg, muss man auch sagen, also für mich zumindest, mich stiftet diese Gerasi-Meldung auch nochmal an. Wenn man geschaut hat, ob man irgendwie noch einen Extraspruch macht bei der Vorlesung von der Aufstellung oder irgendwas dazu sagt im Spiel oder vor dem Spiel dann besser gesagt. Mich stachelt das nochmal an. Also mir gibt es nochmal mehr Bock und wirklich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Auch natürlich zeitlich perfekt. Auch gelesen, dass glaube ich heute eben ausgelaufen wäre, die Möglichkeit ihn zu verlängern oder ihn zu kaufen, besser gesagt, mit der Kaufoption. Man hat glaube ich Kicker geschrieben gehabt. Aber so oder so, geiles Zeichen, geiler Zeitpunkt. Und ich erwarte wirklich, ich habe auch vor Hoffnung ein bisschen mehr Stimmung erwartet, also vor allem durchgängiger, bessere Stimmung. Wir hatten auch Phasen, wo es echt geil war, gegen Hoffenheim so. Aber jetzt, wie gesagt, ich habe die Erinnerung noch von gegen Union, Auster und der Türkhammer-Kurve, auch die Erinnerung noch von 2019. Da war es krank, das Hinspiel. Und ich erwarte halt echt gegen Frankfurt oder Frankfurt, gut, falsches Wort vorgelesen. Aber ich erwarte Stimmung wie gegen Frankfurt. Deswegen bin ich über den Begriff gerade gestolpert. Vielleicht nicht auf dem ganz hohen Niveau, weil wie gesagt, ich hebe diesen Twitter-Clip immer wieder hoch, wo da wirklich aus dem TV-Bild raus so einen Moderator, fast nicht mehr gehört hast, den Kommentar du nicht mehr gehört hast, weil die Stimmung so krass war. Vielleicht nicht auf dem ganz hohen Niveau, aber irgendwo da in die Richtung. Irgendwo wieder auf Köln, Dortmund, Richtung Frankfurt-Niveau, weil ich aber noch weiß, wie heftig das war gegen Union damals. Und auch da wieder, perfekter Übergang tatsächlich. Das denken wir uns weg. Relegation 2019, denken wir uns einfach weg. Fertig, so positiv reingehen. Ich kann auch, klar, davon darf ich mich nicht beeinflussen lassen, so oder so nicht, aber ich kann mir auch diese ganzen Posts, sei es auch Twitter, Instagram, whatever, mit dieser Einstellung von, so spielen wir in 2. Liga oder wir steigen ab oder sowas oder oh Gott, der VfB und schwere Spiele oder Pflichtspiele, wie auch immer. Ja, Jungs, also, wenn wir schon mental abgestiegen sind, dann können wir auch den Fernseher auslassen an Donnerstag und Montag oder können die Karte verfallen lassen für Donnerstag oder Montag. Lass uns da auch einfach positiv reingehen. So, es bringt ja nichts. Ich meine, vielleicht ist man dadurch besser vorbereitet auf den möglichen Abstieg. Der ist ja im Raum, ist ja Relegation. Aber was bringt denn das sonst, außer halt mit der Einstellung reinzugehen, ich erwarte mir nichts, dann kann ich auch nicht zu krass enttäuscht werden, aber keine Ahnung. Geht doch lieber positiv rein, wir sind der Erstliges, so Positivität dran glauben. Es gibt ja auch für mich, also für mich ist das Gefühl, auch viel, 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 viel besser als 2,90. Klar, das ist auch wieder ein kleineres Hoch unter Willig und ein besseres Gefühl fürs Team als unter Weinzierl davor oder ein besseres Zusammenhalt als unter Weinzierl davor, sage ich mal. Aber generell die Spieleraussagen, die Hoeneß-Aussagen, wie ich sie immer wieder anspreche, die sind doch wirklich gut so. Einfach weitermachen, auch da kleiner Punkt nur, aber auch das gerne ausblenden, sind die Aussagen von Soli Genden. Ich sage, die haben alle für unseren Verein, glaube ich, Hansi Müller war es in dem Fall, Großes geleistet, das will keiner absprechen, aber halt so Aussagen zu droppen in der Bild irgendwie einen Tag, bevor es losgeht, dass gerade ein Wagnoman irgendwie dem VfB keine Hilfe wäre oder sowas, perfektes Timing, Tag vor Relegationen plus den Spieler rauszuwählen, der gegen den HSV spielt oder mit dem HSV gegen seinen Ex-Klub spielt. Lasst doch stecken, lasst doch stecken. Warum müsst ihr euch die ganze Zeit in den Medien immer noch so hochbauschen? Lasst doch stecken mit so Aussagen, es hilft dem Verein nicht, eher das Gegenteil. Weil noch da hatte ich ja gerade schon das Thema so wichtige Pflichtspiele, so sechs-Punkte-Spiele, so Geschichten, auch oft genug gelesen, oh Gott, guck mal gegen Schalke und guck mal in Hertha, da haben wir es immer verkackt. Mir wird da auch zu oft vergessen, gerade in Heimspielen, Augsburg-Hinrunde war so ein Endspiel, Berlin-Hinrunde war so ein Endspiel, klar, letzte Minute, gegen Berlin auch ein bisschen glücklicher, habe ich auch schon oft gesagt, aber gegen Augsburg hochverdient, hast du gewonnen. Und auch das wird immer vergessen, auch in der Hoeneß-Phase gerade vor allem, muss ja auch so ein bisschen Trainer unterschiedlich sehen und die Phasen von Trainer unterschiedlich sehen, Hoeneß-Phase, ja, Berlin war scheiße, der Rest war für mich mehr als ordentlich, plus er ist reingestartet nach so einer absoluten Dreckserie, plus eben auch einer noch schlimmeren Auswärtsserie und hat in Bochum gewonnen, das wird mir auch irgendwie als Endspiel quasi vergessen. Gladbach gehört da auch dazu, den musstest du auch zu Hause schlagen, viele so ein bisschen weggeredet, weil Gladbach eben eine komische Saison gespielt, aber den musst du erst mal schlagen, haben wir auch getan. Der Druck war auch komplett auf dem Kessel vor diesem vorletzten Spieltag, dass du in Mainz mindestens mal punkten musst und die gewinnen da 4 zu 1. Also, mir wird es auch so ein bisschen arg sehr darauf fokussiert, was eben scheiße lief. Vielleicht sind manche in diesem Mindset, kannst auch keinem übel nehmen als VfB-Fan. Ich war letztes Jahr auch noch sehr viel negativer gestimmt, glaube ich, in Richtung Saisonende oder vor allem in der Phase, wo es dann echt übel aussah und Relegation ist, so der letzte Hoffnung war. Deswegen verstehe ich es auch da, aber vielleicht auch deswegen mir vorgegeben, um diese Saison einfach einen Tacken positiver zu sein und gerade in dieser Schlussphase positiver zu sein, weil es bringt halt nichts. Wie gesagt, ich kann es verstehen, aber mir wird da trotzdem so ein bisschen zu sehr drauf verharrt. Auch wir können keine Endspiele, weil wir haben es eben so und so gesehen und wir haben es auch unter Höhne schon bewiesen, dass wir es können und dass wir im Druck auch standhalten können. So, kommen wir jetzt zu dem, was man so richtig Vorbericht nennen kann bei mir auf dem Kanal normalerweise, nämlich Aufstellung. Und da können wir auch tatsächlich so ein bisschen eine Story haben. Tatsächlich eine Story bei Bredlo, Innenbandzerrung hieß es und da wird es wohl, wenn er spielen kann, dann ist es eine absolute Punktlandung, hat gegen Hoffenheim gespielt, auch da schon scheinbar angeschlagen gewesen vor der Partie beim Aufwärmen. Auch da debattierbar, warum hast du denn spielen lassen? Vielleicht haben wir es echt gedacht, gut, das Spiel gegen Hoffenheim gewinnen wir halt, dann ist die Saison eh vorbei, ist ja auch nicht ganz abwegig. Aber dadurch, manche tippen es auch schon rein, könnte gut sein, dass Müller spielt, dass Müller von Beginn an spielt und auch da dann bitte, ja, wir hatten generell ein großes Torwartproblem und die Torwartgeschichten und sowas, aber wenn jetzt Müller wieder drinsteht nach Wochen, wie der Stamm spielt, vielleicht fürs Hinspiel, ich glaube, wenn du das Hinspiel machst, wahrscheinlich auch das Rückspiel, aber mal gucken, aber zumindest mal fürs Hinspiel ist es recht wahrscheinlich, dass er spielen könnte, dann bitte auch da das volle Vertrauen aussprechen, nicht direkt bei jeder Flanke den Zitterall bekommen, die in Richtung von ihm kommt oder an jedem kleinen Ding sich wieder aufbauschen, pusht den Mann, der gibt scheinbar immer Vollgas in den Tränken, dass er eben irgendwann Bredlo dann vielleicht von Nummer 1 schieben könnte noch, hat nicht geschafft, jetzt schafft er es vielleicht durch die Verletzung von Bredlo, typisch Fußball wäre auch, wenn er gerade in diesen, in dieser einen Partie, vielleicht auch zwei Partien dann wieder Top-Leistungen zeigt, Müller wäre auch so ein bisschen Fußball, Fußball-Gott-typisch, aber bitte einfach da auch komplett Vertrauen aussprechen an Müller, Zagadou ist scheinbar auch wieder mehr oder minder fit, aber ich denke mal noch keine Option für die Startelf, ist auch nichts, wo du jetzt hinten rotieren musst oder so für zwei Spiele noch, deswegen gibt es sonst für mich recht wenige Änderungen, Müller, Mafropanos, Anton Ito, ganz klar, Wagner mal Endo, Carasso Sosa auch sowieso ganz klar und dann vorne Silas und dann bringe ich Tomas für Führig, Führig eher von der Bank besser gewesen, irgendwie immer irgendwie auch von der Bank besser gewesen, Tomas gezeigt, was er drauf hat, nach seiner Einwechslung war da Aktivposten, vorne drin ist Tor gemacht, ich glaube auch wirklich doppelt so viele Abschlüsse gehabt wie jeder andere auf dem Platz, wo er nur halbe Stunde, 20 Minuten gekickt hat, für den wir da ganz, damit vorne rein natürlich ganz klar Seru Girassi, plus eben auch, darf man auch nicht vergessen, Sebastian Hoeneß auch oft angesprochen, hat wirklich einen sehr, sehr starken Schnitt, was Einwechslungen angeht, was quasi Torbeteiligung, Einwechseln angeht, es geht in die Relegation dann nämlich auch tatsächlich mit der genau gleichen Statistik wie in der letzten Saison, sieben Siege, zwölf Unschieden, 15 Niederlagen, der einzige Unterschied ist halt echt dieses Legendo-Tor, weil letzte Saison mit dem 1-1 gegen Köln wäre es ja auch in die Relegation gegangen, jetzt ist das Tor halt nicht mehr gefallen, das ist echt der einzige Unterschied, Gegner ist der HSV mit 66 Punkten Dritter geworden, sehr eng das oben gewesen, haben wir alle mitbekommen und wir haben es tatsächlich auch mit 58 Punkten auf Platz 2 aufgestiegen, also auch unglücklich mit der Punktzahl auf Platz 3 zu stehen oder stehen zu müssen, besser gesagt, die meisten Tore in der Liga erzielt, 70 glaube ich, Klazl vorne der zweite Top-Scorer und auch Top-Tor-Schütze in der Liga, also auf den muss man aufpassen, aber wie wir es ja kennen von Walter Ball oder Walter Ball, wie man es mal aussprechen will, wir kennen es ja, wir hatten ihn auch schon als Trainer, Defensive ist durchaus anfällig und auch hier wie immer gerne in den Pod Cannstatt rein mit meinen Einspielern zu den Spielen und auch diesmal tatsächlich noch interessanter, weil sowieso ein Datenexperte-Gast war, also das gerne reinziehen zum VfB und auch zum HSV, trotzdem sehen wir noch mal ein paar Zahlen von mir, wie auch Hoeneß, hat der HSV, natürlich mit HSV-Fokus, also wie auch Hoeneß, hat der HSV sehr gute Einwechslungen, sehr, sehr viele Tore eingewechselt oder Torbeteiligung eingewechselt, gleich gut wie der VfB nach Rückstand, ich glaube beide 14 Punkte danach noch geholt und sehr interessant, klar ist Zweite Liga, aber in der gesamten Zweite Liga-Saison haben sie nach Führung kein Spiel mehr verloren, Tore, ich glaube 20 Siege, 4 Unschieden sind es danach gewesen, die Offensive habe ich schon angesprochen, wie es hinten aussieht bei den 48 Gegentore, ist es schon gerade im Vergleich auch mit den Mannschaften direkt aufgestiegen, ein großer Unterschied, Heidenheim und Darmstadt stehen bei 34 und bei 38 Toren, also schon ein großer Unterschied, HSV hier in der Tabelle quasi auf dem achten Platz nur, was die beste Defensive angeht, im Zweite Liga-Vergleich, interessant auch wie immer, wann trifft denn der Gegner gerne? HSV trifft am liebsten in den letzten 15 Minuten, aber da muss man auch generell sagen, dass die Tore recht gleichmäßig verteilt sind, das ist natürlich der Bereich, wo wir jetzt am meisten treffen, aber jetzt nicht mit vielen Toren Abstand. Auf Platz 3 in der Chancenverwertung in der zweiten Liga, wir sind ja durchaus schwach oder schwächer, was das angeht in der Chancenverwertung, Gegentore bekommt der HSV am liebsten Mitte der ersten Halbzeit, direkt zum Start der zweiten oder eben auch wieder in der Schlussphase, auch das ist wieder interessant für uns, da treffen wir ziemlich gerne Heimtabelle Platz 5 der HSV und Austertabelle Platz 1, natürlich da auch schwierig zu bewerten, weil du kannst trotzdem dadurch in der Ausserzabelle quasi weniger Siege geholt haben als zu Hause, aber das sind die offiziellen Zahlen eben, Heimtabelle Platz 5, Ausserzabelle Platz 1, muss auch da sagen, der HSV, wenn ich so die Kommentare durchles, eben vor allem unter meinem Video, aber auch auf Twitter, krass, krass negativ behaftet, so viele Fans, viele HSV-Fankommentare, sage ich mal, vielleicht auch da, wie bei uns ja auch, wir tragen so ein bisschen das selbe Leid, der HSV und wir waren mal große Klubs, also von der Statur sind wir es immer noch, aber ich meine, von Platzierungen her, von der Liga-Zugehörigkeit her, von den Ambitionen her, und da ja auch, ist schon der fünfte Versuch, wir sind 2018 abgestiegen, ist der fünfte Versuch, wieder aufzustehen, also kann man auch da, glaube ich, jede grundsätzliche Negativität schon irgendwo verstehen, dreimal Vierter geworden, letzte Saison, dritter Relegation, diese Saison wieder dritter Relegation, also ist absolut nicht kleinzureden der HSV, aber auch hier, ganz klares Zeichen von mir aus auch, wir müssen oder wir dürfen auch gerne zeigen, dass wir der erste Gist sind, so ganz, ganz einfach gezeigt, weil wir haben auch genug drauf, so auch das spreche ich oft an, wir haben bis auf das Hertha-Spiel von mir aus eine gute Phase unter Sebastian Hoeneß, Platz 5, seitdem er da ist in der Bundesliga, kann man schon ein gewisses Selbstbewusstsein auch getankt haben, ohne jetzt arrogant zu werden oder sowas, immer einen gesunden Mix finden und damit habe ich auch schon einiges gesagt, was in die Prognose mit eingeht, Donnerstag und Montag wird es komplett brennen, Tradition pur, wir haben hier 116 Duelle insgesamt Liga- und Wettbewerbsübergreifend gegen den HSV, die Heimbilanz, also direktes Duell VfB gegen den HSV mit Heimrecht für den VfB auch gut, ich glaube doppelt so viele Siege wie der HSV, irgendwie 31 zu 15 und auch ein paar Unschieden dazu, aber auch zuletzt eben die Aktualität quasi, fünf Heimspiele am Stück ungeschlagen gegen den HSV, da sind es drei Siege. Also, da gehen wir die Sache sachlich und eben auch fokussiert, aber auch auf die eigenen Stärken achtend an, wie gesagt, auch hier wieder, darf man auch nicht so hoch hängen natürlich oder nicht ganz, ganz hoch hängen von mir aus, aber mir gefallen die Hoeneß-Aussagen, mir gefällt, wie er sich gibt, wie er sich ausdrückt, was er rüber gibt an die Fans, an den Spieler bestimmt dann auch rüber gibt, gibt mir alles weiter ein gutes Gefühl so, trotzdem sage ich auch hier, man sollte schon auch für meine, für meinen, ja, für meinen Kopf oder für mein Herz, wie auch immer, für meinen Puls schon gerne auch mal im Heimspiel, dann im Hinspiel schon mal ein bisschen die Weichen stellen. Wir kennen es ja damals noch, 2-2 Hinspiel, ist keine geile Ausgangslage gewesen für Union, klar, oder für uns bei Union, so rum, klar, damals auch Auswärtsurregel, die gibt es jetzt nicht mehr, also noch ein bisschen offener, ein bisschen besser oder ein bisschen weniger schlimm, wenn du Unschienen spielen würdest, aber ich rede auch gar nicht von Kanter-Sieg, aber einfach zu Hause gewinnen, Gewinn zu Hause gegen Hamburg, jetzt gar nicht, weil ich uns das nicht zutraue, auswärts was zu holen, Hertha hat es auch geschafft, in Hamburg hat es eben auch der Druck ein bisschen mehr beim HSV, letztes Jahr auch 1-0 gewonnen, glaube ich, bei der Hertha, aber Druck ist ein bisschen schon klar von wegen, oh, wir haben ja gewonnen, jetzt soll es da auch aufsteigen, aber gar nicht, weil ich es uns nicht zutraue, sondern einfach für mich, weil ich nicht will, am Montag mich da hinzusetzen und zu wissen, wir müssen hier auswärts gewinnen, natürlich im schlimmsten Fall, wenn du zum Beispiel verlierst oder Unschieden spielst, deswegen bitte zu Hause direkt die Aufgaben machen, du hast diese kranke Stimmung zu Hause, alle in weiß, ich bin sehr gespannt auf die Stimmung, ich erhoffe mir da schon sehr, sehr viel, ein geiler Abend, Flutlicht, alles, deswegen tippe ich da auch ganz positiv und weiterhin hoffend, ich glaube, der Vibe kommt rüber von mir, dass ich durchaus positiv bin, 3 zu 1 Heimsieg und auch da muss man sagen, das gab es gegen Union damals, ein Public Viewing, also quasi in der Kanjola Kurve hat man sich das Spiel zusammen angeschaut, das Ausspiel bei Union, das wird es diese Saison nicht geben, wahrscheinlich, oder so wie es vom VfB-Service geschrieben wurde, wegen den Bauarbeiten und ein anderer Ort hat es sich nicht gelohnt, kostentechnisch, deswegen gibt es kein Public Viewing, ich fahre auch nicht nach Hamburg, deswegen Montag, wer Bock hat, ich streame die Reaktion natürlich, auch wieder länger her, letztere Stream-Reaktion tatsächlich, ich habe auch wieder Bock darauf und dann treffen wir uns am Montag im Stream, morgen viele auch im Stadion natürlich ganz klar, auch wenn mal das Ganze positiv ausgeht, wahrscheinlich nochmal ein Zwischenvideo machen, zwischen den beiden Relegationen spielen, dann würde ich sagen, habe ich eigentlich alles abgehakt, die gesamte Liste ist durch, gerne natürlich eure Meinung in den Kommentaren da lassen, Sachen, die ich vielleicht nicht mit eingebracht habe, gerne mit einbringen, Prognose, die ist das, was eure Lage so vor dem morgigen Spiel dann schon ist, so langsam wird es, so langsam wird es ernst, bedankt fürs Zuschauen, natürlich wie immer gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal.